Die 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 So, ey, ihr seid im Freckel? Ja, ich bin im Freckel der City. Ja, dem City. Ja, ich bin 700 Meter von euch entfernt. Oh, ich hätte schießen müssen. Mikrofon muted. Jetzt hast du wahrscheinlich gerade gehört. Da kommt Leck, hier ist mir ange... dümpelt. Hast du mein Schuss gar nicht auf dich gehört, Kletter? Du hast auf mich geschossen? Du hast auf den Zombie deiner Tür abgeschossen. Warte, ich geh jetzt aus der Tür raus. Bist du? Ey, ich bin hinter dir. Okay. Geh ich zwar nicht, aber okay. Ne, ich bin, äh, jetzt bin ich da. Ach, da läuft einer mitten im Dorf. Das seid wahrscheinlich ihr. Ja, jeb. Oh, kommt schon raus. Ich geh mal Richtung Kleinstadt, ne? Kommt einfach hier in den Heli. Ja, wollen wir nicht noch ein paar Sachen looten? Ach, Gott. Och, Kidding, ich blute. Ach, Gott, ey. Na, wo ich es kürzer bin. So ein Skiller am Start. Ich bin ein Scheißviech, ey. Noch ein Stück. Ja, äh, äh. Gib Gas, der dreht sich von selbst. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Bin drinnen. Muss ich sofort wieder abheben. Hallo. Ja, ich musste kurz abheben, weil sonst hätte ich ein paar Bäume mitgenommen. Ja, oh, wenn du, wenn. Warte mal, das erste, was ich checken will, ist, ob unsere alte Base noch frei ist. Weil die ist nämlich nur 800 Meter von hier entfernt. Erstmal in Persektivist Weaver. Erstmal dreht sich der Heli schief. Wieso haben wir hier Ventilatoren drin? Weil das in der Mi Standard ist. Wie war nochmal, wie, ihr Plaks? Das war das nochmal für eine Klasse auf den alten Servern? L, glaube ich. Hier stehen relativ viele Autos, ne? Hier Base, ah ne, da rechts ist Base gebaut. Hier hatten wir die Base. Genau hier drunter. In der Scheune. Das war unsere alte Base früher. Oder dadurch, dass wir eine Mi haben, theoretisch könnten wir uns auf einer anderen Insel aufbauen. Aber ich gehe mal davon aus, da ist auch schon was los. Da bauen sich nämlich viele hin. Wohin? Ja, es gibt hier ja noch eine zweite Insel. Wird so ein bisschen abgehackt. Ah, deine Mutti ist abgehackt. War so klar. Arme, ne? Fisch. Oh, hier ist eine Feuerwache. Ja. Zum Erfield. Hi, hier ist ein... Ja. Ah, ich hab grad voll schlechte Frames. Ich hab 24. Ja, ich auch. 27. Jetzt hab ich auch 27. 29. Ne, hier ist auch ne Welt. 36. Man, ist das voll dunkel. Weil die Sonne am untergehen ist. Hack-Server. Ja, hier ist halt die... Ach, lol. Die Insel haben sie mit ner Brücke verbunden. Das ist ja interessant. Oh, da rechts ist auch ne riesen Base. Hä? Tja. Das ist sogar ein Heli mit Gun. Ach, den könnten wir ihn nur beim Bandit Trader verkaufen. Gibt's hier Gold oder gibt's hier Geld? Weiß ich nicht. Müsste, glaub ich, Gold sein. Weil wenn Geld hast, dann müssten wir auch irgendwie auf dem Menü sehen können, wie viel Geld wir haben. Auf der Bank. Ah, stimmt wohl. Und daher geh ich mal von Gold aus. Was ist denn hier so die größte Stadt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Tapadado. Oder New... Ganz rechts. In der Mitte der Map sind ganz viele Städte nebeneinander. Das ist da ziemlich groß. Die sitzen da quasi alle auf dem Haufen. Groschkabeler. Genau, da hinten. Ja. Wenn wir uns so ne gerade Fläche selbst erschaffen. Weil wir können ja auch in den Boden reinbauen, so ein bisschen. Oder auf dieser Gebirgskette. Nein. Du musst immer bedenken, wenn wir Fahrzeuge oder sowas haben, ne? Dann müssen wir hier immer hochkraxeln. Ah, das stimmt. Ich glaub, dass wieder was explodiert. Ey, was ist hier direkt unter uns? Lande mal. Bin ich gerade bei. Hier in der Nähe haben wir ein Airfield. Aber da ist, glaub ich, nichts los. Da ist, glaub ich, nichts besonderes. Aber wir haben in der Nähe ne Straße. Boah, hier ist... Also mit dem Autos ist das los. Also mit dem Autos ist das los. Was ist hier bei links? Ja. Mal gucken, ob der... Oder sowas. Oder sowas. Wird geschützt. Der ist auf jeden Fall Schrott. Ich geh mal gucken. Ja, ich steig auch raus. Der ist geschlossen. Das Problem ist hier halt wegen angegriffen werden, wa? Guck mal nach oben hier. Ah, nicht von den Rotorblättern erschlagen werden. Ah, wo kann man denn bauen? Ah, Berg wäre schon natürlich richtig geil, aber da muss halt echt mit dem Auto hoch. Und wir brauchen einfach wieder so ne Bucke im Wasser. Ich hab keinen Bock nochmal so viel zu bauen. Ehrlich gesagt ist Pantera für mich mehr PvP als bauen. Deswegen wollte ich jetzt nichts mega fettes bauen. Ich hab ein Jagdmeister gefunden. Krass. Was ist, wenn wir das hier einbauen? Was heißt das hier? Hier ist ein Haus. Ah, spawnt aber Loot. Ne, darf man das doch nicht, oder? Doch, ich glaub, man darf nur High-End nicht looten. Äh, zubauen. Ach, Kelle ist hier auch drinnen, oder? Ja, ja. Ich glaub, wir sind an der selben Stelle. Ne? Ne. Oh doch. Ach, okay, wir sind alle hier. Ein Aroff. So, ist das ne Kisse? Kann man da ran? Ne. Nur Deko. Kriegt man sich die Beine, wenn man hier runterfällt? Garantiert. Oh, Kelle, wenn du schon AFK gehst, dann bitte nicht im Weg. Ja, ja. AFK, ey. Hm. Booten für Slash. Nein, äh, Day natürlich. Geht das? Ja. Soll? Hier, da. Geht Plaks. Auf Z. Oh, ja. Sehr gut. In der Bar. Cannot fire. Ja. Man könnte hier die Autos parken, aber ich glaub, wir müssen die Wand dann verstärken, Ja, ganz ehrlich? Ich wollt grad sagen, wollen wir hier bauen? Ja. Soll ich dir hier noch Wachtürme hinstellen, sozusagen? Frage ist, wie sieht das mit Helis aus? Ja gut, zur Not landen wir die Helis einfach da unten, wa? Warte mal, lass mich mal testen. Ähm. Meint jemand, kommt da oben aus diesen Fenstern raus? Bei dem Haus? Ja. Bei dem Haus? Ah, wobei, du willst auf jeden Fall sterben, wenn du rausfällst, ne? Ja, soll ich ausprobieren, YOLO? Nein, mach's nicht. Aber sie könnten die auf jeden Fall noch auf dem Haus weiterbauen, dann könnten wir so eine Landefläche bauen für Helis. Ja, gut, dann versucht das. Hier ist das YOLO. Ich guck mal hier in den Turm hoch, was da so... Äh, denn wenn ich sterbe, dann lootet meine... Ja, ja. Ja, ich geh mal in die andere Richtung. Guck mal, das Fenster, wo ich auch stehe, draußen. Da, genau. Dann seh ich das eben. Rüberfau dich mal. Ne, geht nicht, ne? Ne, schade. War das jetzt? Weiß ich nicht. Alles safe. Hier darf ich jetzt nicht frühzeitig ejecten? War die Frage ernst gemeint? Das war gar keine Frage. Also, ich bin komplett voll und ich kann jetzt nicht mehr mitnehmen. Oh, jo. Also, sollte einer von euch mal hier die Dings mitnehmen. Lumberpacks. Nehmen so viele mit, wie ich kann. Oh, shit. Ich werde, glaube ich, gleich unmächtig. Ah, jetzt ist es schon passiert. Er ist wieder gemutet. Alter, was? Ist bei Ihnen takt auf einem Tür, oder wat? Keine Ahnung. Ah, ich hab ja gesagt mit. Ausmachen. Auf jeden Fall wegen meinem Gewicht aufpassen. So, wie viel hast du? 150. Ich hab 101. Oh, ich bin wieder bewusstlos. Ich bin overburned. 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 Warum findest du das jetzt lustig, oder was? Höh. Warte Frage. Ah, jetzt Playwood gespawnt. Warte Frage. Ich hab noch lustig nichts. Das kann ich gesagt. Und ich hab mich gefragt, ob du Burnout lustig findest. Oder warum machst du dich darüber lustig? Mach ich mich nicht drüber lustig. Ich kann mich ja so drüber, dass du dich drüber lustig machst. So, den Safe, wo soll ich den hinstellen? Oben. Oben? Wollen wir den nicht hier hinstellen? Nee. Kannst du meinetwegen auch neben der Leiter irgendwo hinstellen? In den Raum. Was wollen wir denn aus dem Zimmer hier machen? Bauzimmer. Kistenlagerung und sowas. Okay, dann stell ich die Dings hier nebenhin. Oben können wir so als Schießdingsraum benutzen. Warte, ob er da so krass rausschießen kann. Ja. Richtig. Krass. Pille, steht das auf dem Boden? Oder soll ich weiter hier hin? Ja. Ramm mich bitte weg. Hat er gemacht. Pfff. 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 Erster wieder ankommen, Schiff. Was ist denn jetzt passiert? Sorry. Pfff. 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 Tech is friendly erstmal So und jetzt willst du hier jetzt den Stuff aufbauen oder was? Ich will erstmal Blut Einmal mit Profis arbeiten Das kennet er ja schon gestorben und war ihm wieder bewusstlos Oh danke Er war ihm auch schon wieder bewusstlos Na Kerl, was machst du denn aus sowas? Wieso denn los denn? Was läufst du denn noch gegen den Safe? Hm Kann ich den so hinstellen? Ja ist ok Ich geh mal hin und rausfiehen diesmal nicht wieder Vorsicht, geh doch mal ein paar Minuten nach hinten Ja, ich hab Sicherheitsabstand Falls auf tolle Gedanken kommst, stirbst du Machst du denn erst nen Kill oder was? Das ist Kill, nicht nur angestellt Ja, ich hab sicherheitsabstand Ich geh jetzt Den so hinstellen Und? Mach Auf Kettis Verantwortung Wenn das krank aussieht, ist es Kettis schuld Mann Mal kloppern den netten Menschen Wieso bin ich jetzt schon wieder unconscious? Da ist was exploded Da ist was exploded Da ist was exploded Ohhhh Alter Falter Kelle, was hast du schon wieder gemacht? Nichts Das Auto Jawoll Vierter Tod von Kelle Am ersten Tag Was? Machst du denn? Oh Mann, wie ist denn dieser kleine Autobahn? Oh Alles verstanden Irgendwas mit Auto Wo hast du das Lambein gepackt? Dritte Kiste Oh Ihr könnt mal eine Leiche looten Hier ist da ein Exklusiv Wieso ist denn das ein Exklusiv? Oh Mit zwei Kameraden in den Baum geholt Im Magen ist es hier Ja, passiert, wenn er ziemlich im Eimer ist, ne? Ja Oh 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 Kelle macht dich für mich heute voll Was geil ist, als er das erste Mal gestorben ist Habe ich sogar im Chat noch zu dem Typen geschrieben Ja, den Namen willst du heute noch öfter sterben sehen Und was passiert? Kelle ist jetzt das vierte Mal gestorben Innerhalb von drei Stunden oder so Ah, hier steht die Kiste Hat es irgendwas besonderes dabei? Ey, warte mal Da fährt ein Motorrad oder so Ja, äh, außerdem könnt ihr mal SOD und so looten, ne? Bin grad dabei Kann ich ja nicht im Freckel spawnen Die drei Kilometer laufen Oder was auch immer Ich bin wieder da gespawnt, wo ich vorhin war Mensch Soxen Mikrofon aktiviert Ein Motorrad Ja, es kann sein, dass es ein Motorrad ist, weil ich mal angeschissen habe, was nicht funktioniert hat, steht da am Flughafen Oh, wow Mikrofon Kann auch ein Gegner sein Mikrofon aktiviert Ich leg den Sledger mal schön hier oben Äh, Dingens rein Da Kommt mein ganzes Staffeln So So, dann äh Wie geht das los, sagst du? Hoffentlich werde ich schnell abknallt Ich leg mir eben sonst vorrennen nach draußen Kann schon mal rausrennen, ja Das brauche ich und das brauche ich glaube ich Das Eventuell so Um sich nichts gegen Kannst du mal gucken, ob das hier so hinten mit der Wand da sauber hinkommt? Das ist auch ein Stückchen nach rechts Noch ein Stückchen Und nach rechts drehen, ne? Achso Äh Ja Und noch ein Stückchen nach hinten gehen Andere Richtung Noch ein Stückchen Ja, jetzt ist der direkt an der Wand Okay Links müsste er auch passen So, da Da komm Äh Nein Was war? Ja Muss jetzt noch ein Stückchen nach hinten, ne? Ich glaube ich muss immer so, ne? Sage ich das im Side-Chat die ganze Zeit? Nö Äh, forecast, okay Noch ein bisschen an links drehen Noch ein Stück drehen Ja Ja Und jetzt ein kleines Stück hier nach Obwohl Obwohl Ich glaube Ne Ich glaube es darf nicht direkt an der Wand sein, ne? Keine Rolle Ja Jetzt ist ja Ja, das Problem ist die Wände allgemein sind nicht ganz sauber Hier die linke Wand zum Beispiel ist total schief Wenn du Guckst also Keine Ahnung Bau hin einfach Passt schon Üh Tut 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 Du ? ? ? ? ? Ich bin Belinda! Jo, läuft bei ihm! Wat soll dat? So! Okay. Ähm. Warte mal noch. Wat? Wat ist dat denn für'n Bullshit? Äh... Wat denn? Lass mal gucken. Ne, Moment. Ich will das Vektor. Ne. Das andere. Ne. Wat will ich denn? Aha! Das da und jetzt? Nein, oh, ne. Nein, das ist auch falsch. Äh... War das so? Ja, so war das. Sind die jetzt? Ne. Wir sind... Äh, ich seh was, ich seh was kriechen auf dem Berg. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das ein Zombie war. Selbst Zombie-Werk. Nicht in Ordnung. Da laufen öfter mal oben Schweine rum. Ja, ne, das war... das lag. Es hat sich nach hinten... Es ist nach hinten gekrochen. Wenn ich's nochmal seh, halt ich einfach drauf, ja? Kann's versuchen, oder? Ich glaube, da kann ich gut reingucken, weil da war nicht ganz oben. Also mich dürfte ich hier zum Beispiel gar nicht sehen. Wie, Sir? Meinst du, da war wieder einer? Ja, ich seh da was. Ich glaube, das ist ein Zombie. Ja, aber selbst Zombie, das wäre nicht in Ordnung. Da spawnen wir keine Zombies oben auf dem Berg. Hab's getroffen. Hast du Blut gesehen, oder was? Nee, aber... Es war ein Zombie. Oh, ich... Kacke, das ist halt Nacht, das dann seh ich das nicht, ne? Oder ist halt bewusstlos. Aber der hätte ja definitiv zurückgeschossen. Ist nicht ganz oben auf dem Berg. Ich guck mal, ihm nachts nicht geredet. Ich hab eins auf. Ich glaub nicht, dass wir noch eins im Safe haben. Brauchst du das gerade? Ja, ich bin gerade am Bau. Snap Point. Äh... Weit? Left? What? Wieso geht das schon wieder nicht? Das ist doch kacke. Ich wusste das jetzt hin, wo ich gegengeschossen habe. So. Ja, das ist voll ja nicht symmetrisch. Defug. Warum? Egal. Jetzt sind wir gerade höher als das Haus. Wie als das Haus? Mit der Platte oben. Äh... Ist sie höher als das Haus? Ein bisschen, ja. Also würde theoretisch reichen, ja? Wir sind über dem Hausdach. Ja. Hat das Haus irgendwie einen Schornstein oder so? Ja. Aber ich glaub, da bist du auch drüber. Wir? Äh... 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 Wahrscheinlich. Doch, müsste... Müsste passen. Wie funktioniert der Bums jetzt? Wir sind fertig mitbauen? Nein. Ach ja. Oben auf dem Berg zeigt sich nicht mehr. Das, was ich gesehen habe, ist gestorben. Ach, das ist gestorben? Ja. Na gut. Mhm. Oder halt bewusstlos und jetzt, äh... Weil ich sehe es nicht mehr, aber... Ich hab's gesehen und als ich's getroffen hab, hat sich's aufm, äh... gelegt. Äh... Und da oben nicht hoch. Wie das so mit dem EID? Ich prüfe es. Und wenn ich... Äh... Eine Motorsäge? Was? Äh... Ähm... Ja. Bau hin. Okay. Und denn... Jetzt kannst du abziehen. Abbrechen. Oh, Holy Shit. Wieso krieg ich die Option nicht? Das ist ziemlich Gülle gerade. Da. Oh Gott. Oh leil, der ist aber knapp. Ach, Quatsch. Das gehört so. Was brauchst du denn da jetzt? Oh Gott. Oh leil, der ist aber knapp. Bau mir mal die Rampe da wieder hin. Bitte lasst da keinen auf dem Berg sein. Und mein Trecker, also... Spack knopf um. Wo willst du m? Ja. Ja, das passt schon, das leide ich durch. Jawoll, kann's abbauen. Fährst du jetzt Fahrstuhl? Komm mal her, komm mal her, hier. Wollen wir nicht bewegen? Ne. Wow. Ja und? Ja und? Hey, warum bist du tot? Der Fahrstuhl war auf einmal weg. Bei dir vielleicht, bei mir nicht. Wie assi ist das denn? Was machst denn du da? Ja wie, was mach ich denn da? Ja, nicht einfach drauf gehen. Ja sorry, wenn der... Ich hab wieder Prozess. Oh, vielleicht darf man da auch nicht mit zwei Leuten gleichzeitig rauf. Oh, ich hab ne Coke gefunden. Ein Big Mac Menü mit ner Cola. Komm, ist mit Mario dazu. Oh, ich hätte jetzt auch gerade Hunger drauf. Ich, äh... Disconnecte schon mal, weil ich nur mal auf den Klo muss. Oh shit, könnte eng werden mit dem SUV. Was ist da gerade so drauf? Na komm. Aufsteigen und hoch damit. Jo, er geht mit hoch. Was für sowas von Exploven, ich sage dir. Äh, wir sind oben ab... Ja, sprich dich aus. Schnell wieder runter. Was ist passiert? Alles klar. Der SUV stand nur noch zur Hälfte auf der Plattform. Weil es da oben angekommen ist, hat der Elevator den einfach mal andersrum gedreht.